hallo zu einem neuen video auf dem business intelligence kanal heute sehen wir uns an wie du einen gleitenden durchschnitt in excel erstellen kannst bevor wir loslegen können bitte ich dich diesen kanal zu abonnieren um noch mehr videos für den business transfer anbieten zu können und bedanke mich bei allen die diesen kanal dadurch unterstützen und jetzt starten wir los was ist ein gleitender durchschnitt ein gleitender durchschnitt wird dann verwendet um unregelmäßigkeiten spitzen und täler zu glätten und damit trends leichter zu erkennen dazu habe ich uns ein beispiel vorbereitet dass wir gemeinsam schritt für schritt durchgehen zunächst sehen wir uns die datenbasis näher an die datenbasis befindet sich im arbeitsblatt datum des umsatzerlöses und diese entspricht umsatzerlöse nach den einzelnen monaten in der spalte zeitraum befindet sich das entsprechende monat welche von januar 2020 bis dezember 2022 vorhanden ist in der zweiten spalte befindet sich der umsatz dieser variiert über die einzelnen monate sehen wir uns nun im ersten schritt diese zeitreihe in einem einfachen diagramm an dazu wechseln wir in das arbeitsblatt linear welche uns diese zeitreihe entsprechend grafisch aufbereitet des weiteren ist eine schwarze trendlinie eingezeichnet welche als prognose dienen soll der nachteil dieser trendlinie ist dass diese sehr grob ist und die jüngsten entwicklungen wie hier zu sehen ein entsprechend steigender umsatz ist in dieser trendlinie nur sehr grob beziehungsweise nicht gesondert dargestellt und damit ist auch ein großer nachteil einer einfachen linearen trendlinie schon identifiziert um nun diese jüngsten entwicklungen des umsatz nun besser zu besser in einem diagramm darzustellen sind wir auch schon in der thematik gleitender durchschnitt und zwar liefert uns dieser ein viel besseres bild dieser umsatzentwicklungen es gibt zwei möglichkeiten wie dieser gleitender durchschnitt in einem diagramm dargestellt werden kann wir sehen uns nun möglichkeit eins an und zwar über die excel diagramm funktion dazu wechseln wir in das arbeitsblatt gleitender durchschnitt und darin befindet sich nun wie in den diagramm zuvor in der blauen markierten linie die entsprechenden datenpunkte des umsatzes des weiteren ist eine zweite linie eingezeichnet diese schwarze und zwar entspricht diese denn dem gleitenden durchschnitt der letzten drei monate was bedeutet das das bedeutet dass zum beispiel wie hier zu sehen die ersten drei umsatzpunkte 41 40 und 38 diese drei werte werden wird ein durchschnitt ermittelt und hier dann in dieser schwarzen trendlinie eingezeichnet aus diesem grund wird keine schwarze linie keine schwarze trendlinie für die ersten beiden datenpunkte dargestellt wie kann ich nun diese wie kann ich nun diesen gleitenden durchschnitt darstellen in diesem diagramm dazu erstellt man dieses ganz normal und hat dann die möglichkeit in den optionen und zwar unter diagrammentwurf und darin müsste es nun im bereich der zeichnungsfläche gibt es einen unterpunkt und daran gibt es nochmals die reihe umsatzerlöse trendlinie sollte diese trendlinie noch nicht vorhanden sein so kann man diese hier mit auf diesem plus über trendlinie hinzufügen dort hat man auch die möglichkeit zu unterscheiden ob es ein linearer trendverlauf sein sollte ein exponentieller oder eben ein gleitender durchschnitt diesen diagramm ist ein gleitender durchschnitt angegeben und muss dann in dieser konfiguration in den trendlinien optionen eine anpassung vornehmen und zwar habe ich nun auch hier die möglichkeit unterschiedliche varianten der trendlinie zu bestimmen in unserem fall wähle ich nun den gleitenden durchschnitt aus und habe darin noch die möglichkeit wie viele datenpunkte in unserem fall sind es monate der gleitende durchschnitt passieren soll in diesem fall habe ich drei monate verwendet ich kann diese aber auch etwas grober auf zum beispiel vier monate erhöhen oder auch nur alle sechs monate dadurch kann ich nun diesen durchschnitt noch stärker glätten und es werden wie eingangs erwähnt die spitzen und täler somit wesentlich geglättet je kleiner das intervall ist desto näher liegen die gleitenden mittelwerte an der tatsächlichen datenpunkten wie ihr seht könnt ihr somit einen gleitenden durchschnitt in einem diagramm darstellen nun möchte ich auch noch die variante 2 vorstellen und zwar über die datenanalyse dazu wechseln wir wieder zurück in unsere datenbasis und darin gibt es nun die möglichkeit unter den datenoptionen die rubrik datenanalyse ich wähle diese aus und erhalte nun ein weiteres menüfenster darin kann ich nun die auswahl treffen gleitender durchschnitt und erhalte nun das eingabefenster zunächst wird der eingabebereich abgefuckt diesen wähle ich aus meinem fall entspricht das den umsatz erlösen selektiere diese als nächstes kann ich nun angeben wie viele datenpunkte in meinem fall möchte ich vier datenpunkte das entspricht vier monate in unserem beispiel und als nächstes möchte ich noch den ausgabebereich definieren und zwar gebe ich nun diesen eine spalte neben den umsatzerlösen an zu guter letzt möchte ich auch noch ein entsprechendes diagramm darstellen des gleitenden durchschnitts ich bestätige mit ok und erhalten und die fehlermeldung dass nicht ausschließlich numerische werte vorhanden sind ein blick zeigt mir dass ich die umsatzerlöse die überschrift mitgenommen habe deshalb muss ich die den haken bei beschriftungen in der ersten zeile markieren ich bestätige mit ok und erhalten und in einer weiteren spalte die entsprechenden gleitenden durchschnitte diese können wir relativ einfach überprüfen indem wir die ersten vier datenpunkte markieren und anschließend sehen wir in den berechnungen hier unten die summe die anzahl aber auch den mittelwert dieser entspricht 39 und genauso erhalten wir diese zahl in der berechneten spalte darüber hinaus wird uns nun ein diagramm dargestellt welches uns den aktuellen der aktuelle zeitreihe darstellt und auch die prognose das entspricht spalte 1 oder sozusagen den gleitenden durchschnitt nun muss diese berechnung aber mit vorsicht betrachtet werden praktisch gedacht wenn ich nun den gleitenden durchschnitt als prognose interpretieren möchte so muss ich eine anpassung vornehmen wenn ich angenommen 4 april 2020 eine prognose ermitteln möchte so darf ich doch nicht den datenpunkt für april 2020 inkludieren deshalb benötigt es eine anpassung und zwar nur alle werte zuvor wenn ich diese korrigiert erhalte ich nun einen anderen gleitenden durchschnitt ich führe das nun für die übrigen datenpunkte oder berechneten gleitenden durchschnitt durch und kann nun den gleitenden durchschnitt als eine prognose verwenden wie ihr seht bieten sich diese zwei möglichkeiten an um eine einen gleitenden durchschnitt auch als prognose zu verwenden falls ihr fragen dazu habt hinterlasst mir einfach einen kommentar ich werde versuchen eure fragen zu beantworten und würde mich sehr freuen wenn du auch im nächsten video mit dabei bist bis dahin alles gute und viel erfolg